Musik Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute zusammen mit Adler 2009 Phasmophobia. Äh, wie ist dein Job aus? Ja, und übrigens, ich wollte mich auch mal für die 41 Abonnenten verdanken. Äh, Asylum, ja, ich würde sagen Street House eher, oder? Jippie. Also wie gesagt, danke für die 41 Abonnenten und jetzt mache ich einen kleinen Cut. Bis gleich. Hey, ja, wir sind jetzt hier. Schnell das nehmen, das nehmen, oh, das nehmen. Ähm, wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, ist auch noch am Ende unten in der Beschreibung verlinkt. Okay, eher Schlüssel hab ich. Bei diesem Haus ist der Geist im, gefühlt immer in der Küche. Hey. Nein. Mano. Ah, warte. Ah, ich hasse diesen Alarm. Das Alarm, der geht mir so oft hier. Oh, mach du mal bitte den Alarm aus. Ja, schön, mach den Alarm aus. Endlich, ich hasse diesen Alarm. Aber ist er jetzt in der Küche, oder in... Dings. In der Küche. Also, ey, Leute. Ah, hier ist übrigens das Board. Zur Sicherheit kann man ihn nochmal fragen. Mach dich an. Wo bist du? Irgendwie redet der nie mit mir. Versuch du mal. Mit mir, bei mir. Wo bist du? Bei mir bist du immer so... Wo bist du? Wo bist du? Mano, dieser Geist, der ist gemein. Wo bist du? Wo bist du? Bleib du mal hier und frag den weiter. Ich geh kurz Sachen holen. Nach dem Boot gefahren, Gott. Ach so, stimmt, ja. Wo bist du? Weil wenn er sagt, dann sag Bescheid. Ich geh schnell Sachen holen. Wer übrigens nicht weiß, wie dieses komische Board funktioniert. Ähm... Er will nicht reden. Okay. Ja, das funktioniert so. Man fragt den und... Dann geht er halt auf die jeweiligen Buchstaben. Ist aber leider alles auf Englisch. Okay, ich geh mal nach Fingerabdrücken irgendwo gucken. Ah, guck übrigens mal bitte nach... Ähm... Den Aufgaben und so. Okay. Ey, meine Lampe. Also, in der Küche hab ich... Ah ja, komm mal kurz her. Hast du ne Fotokamera? Ich hab Fingerabdrücke. Komm. Komm hier. Da. Okay, Nizernstein. Gut, dann wissen wir, glaube ich, dass es in der Garage ist. Also, es ist, glaube ich, in der Garage. Red... Ach, redet der Heini auch zusammen? Ja, wir werden angegriffen von nem Geist. Was mach ich den ganzen Tag? Ich geh auf Geisterjagd. La 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 la, ich kann so... Was? Weil wollt ihr nicht... Ja, das ist gemein. Übrigens, nicht wundern, ich hab... Äh, nicht... Ich, also, ich hab Push-to-Tort. Was mach ich den ganzen Tag? Ich geh auf Geisterjagd. Oh, das hat ihn, glaube ich, verärgert. Nein, nicht mich umbringen. Geist. Ja, ist okay. Okay, wär das vielleicht? Was mach ich den ganzen Tag? Ich geh auf Geisterjagd. Ja, okay, dieses Lied ist schlecht. Hm, was? Redet ihr auch zusammen, hab ich gefragt. Ja, deshalb, dann... Ich wollte eigentlich noch Sachen holen. Aber gut, okay, wir können's ja austesten. Hey, der hat die Mikrowelle oder was auch immer angebracht. Hey, Geist. Oh Mann, was soll das, Geist? Was soll das? Hey, wieso? Mr. Geist, bitte killen Sie mich nicht, das wäre extrem freundlich und sehr von Vorteil. Der flippt hier grad übelst aus. Übrigens, nicht wundern, entweder ist das ein Bug, dass bei mir sein Licht nicht blinkt oder es soll so sein. Ich weiß, wer bin ich... Warte, grad... Achso, okay, gut. Äh... Ach, lol, ich hab schon gedacht, das Licht flackert wieder. Ähm... Ja, okay, gut. Dann versuchen wir's mal. So, Geist, auf... Rede. Äh, ich meine... Äh, ich meine... Ja, genau. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ja, wie alt bist du? Bleib mir mal hier drin. Redet der zusammen oder nicht? Ähm... Was zum... Hilfe! Ich hab ein Foto von denen. Hä, der hat ein voll neues Design. Hä, dieses neue Design ist ja richtig nice. Der... Der ist... Ein Schlafanzug. So. Achso, der redet auch mit Gruppen. Das ist ja schon mal von Vorteil. Ist mir grad egal. Ähm... Äh, ein MF liegt ja... Ja, okay, gut, dann ess ich grad ne Pille. Juti, wir haben ja bisher schon... Es könnte Bungie oder ein Rivenand sein. Warte kurz. Ähm... Ein R... Rivenand... Er ist langsam, aber er attackiert, heftig und wahlendurch. Gerüchte zuweise, ein Rivenand ist schneller, wenn er jemanden jagt. Schlag! Wird schneller, wenn er seine Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Rivenand, bewegt er sich langsam. Aha. Oder? Oh, ich bin unintigent. Guck mal, wir... Komm mal mit. Wir müssen nämlich noch das Buch platzieren. Oh, dieser Song. Den muss ich in die... Muss ich in... Das muss in die Hits kommen. Der Song ist so cool. Was mach ich denn? Ja, okay, ich hör auf. Ich hör auf. Ich weiß, ich bin ätzend. Ich weiß, es nervig. Aber wo ist er jetzt? Ist er hier oder? Ich lege mal eins hier hin und eins in die Garage. Warte, ich frage ihn nochmal. Bist du da? Oder warte, besser gesagt. Ich möchte ganz kurz... Garage, 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 Garage. Wer weiß das? Oh, hallo! Hi, der dumme Geist steht da. Ich gucke ihm direkt in sein hässliches Gesicht. Hey, der stand da einfach. Okay, du sagst Garage. Gut, dann leg ich's mal... Äh. Äh. So. Niezen. Was? Waren da gefriert Temperaturen? Weiß ich nicht. Ach so, okay. Ich hab's nicht verstanden. Komm mit dir mit. Ich komm ja mit. Geh am besten ein bisschen rum. Irgendwas? Keine Minusgrade. Hm. Okay. Sollen wir ihn ein bisschen Privatsphäre lassen? Also warte. Sag bitte mal, wenn er angreift. Okay? Sag's bitte mal kurz. Pass mal kurz auf mich aus. Ich möchte kurz was gucken. Banschel. Okay. Wir brauchen nur noch nach dem Buch oder Gefriert Temperaturen gucken. Sonst kann's nämlich nichts mehr sein. Also... Jaja, komm. Wo gehst du hin? Ich, äh, nehm noch ne Sanity-Pickel. Weil... Oder ich guck mal kurz. Ja, der macht die, glaub ich, sehr dort... Ja, okay. Es geht eigentlich. Ja, okay. Dann nehm ich auch nur schnell eine. Gut. Ähm... Wollen wir dann gucken, ob der was reinschreibt? Okay, mal wach. Okay, komm. Ich hab da ne Kamera. Was? Ja, ich hoffe, der schreibt was rein, weil sonst müssen wir raten. Und ich hab keine Lust zu raten. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr auch mal wollt, dass ich das in VR spiele. Wenn ja, schreibt's in die Kommentare. Wo bist du letztes Mal? Wenn du jetzt nicht antwortest, geb ich diesem Ding an die Schelle. Okay, gemein. Hey. Er hat was reingekritzelt. Ja, das ist ein feiner Geist. Warte kurz. Ja, mach mal einen Punkt. Soll ich ein Foto davon machen? Ja, machen. Okay. Aus. Was? Willst du mich verarschen? Hä, was war der mit dem Geist los? Ich mach das aus, der Geist macht das einfach... Ey, dieser Gay-Geist. Das war so klar. Ich hasse Gay-Geister. Weißt du, wie klar das weitergeht, dass er macht so eine Tut-Nur-Politik. Ja. Ja. Ist so. Da hat man keinen Bock enden. Wenn ich jetzt sterbe, rast dich aus. Dann rast dich sowas von aus. Piep, biep, 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 biep. Ich frag mich, wo dieses Klicken von der Uhr herkommt. Hier ist nirgendwo, noch nicht mal ansonstweise eine Uhr. Schon gar nicht hier im Schrank. Soll ich dir sagen, was ich mal gehört hab? Ich hab mal gehört, weil, also bei Phasmophobia, dass, ähm, bei Geister steht ja, äh, bei Gespenst meine ich, bei dem Geister steht ja immer, kann durch Wände gehen. Und, da hat mir mal jemand gesagt, dass, dass da nichts bringt, wenn man sich im Schrank versteckt. Warum auch immer. Ja, die Umgebung ist so schön. Ich hab auch perfekt die Regentropfen getroffen. Eben. Guck mal. Unendliches Bild. Unendliches Bild. Wegfahren, weg, 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 weg. Hä, was steht das Stativ da draußen? Komm, Stativ. Stativ, du kommst mit rein. Warte, geht das? Hä, nein, das Stativ. Warte, du willst das Stativ mitnehmen. Kommst mit rein. Ja. Damit würde ich auch sagen. Äh, was? Haben die den Backel fixt, das ist mir noch nicht mehr. Nicht mehr? Was? Bei mir bist du abgehackt. Ach so. Hm. Auf jeden Fall, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.